Tagesinfos zum 17.03.2012, Samstag, Sonderaufgang Stuttgart, 6.33 Uhr morgens. Sonnenuntergang, 6.33 Uhr abends. Tageslicht, 12 Stunden und 0 Minuten. Elfte Kalenderwoche, 77. Tag, abnehmender Mond, Ostson frei. Aufstand der Tibeter, Golda Meir gewählt, 500 verbrannten. Geburtstag, Sidney Rohn, Todestag, Heinz Nixdorf. Viertelgedingtag, Heiliger Patrick, Namenstag, Johannes, Nationalfeiertag, Irland. Hoga Räumerke, Räubergeständig, Hells Angels gegen SEK, kürzter Wehrdienst, die E9 soll kommen. Lena goes Oslo, Champions League Chancen, freiwillige Helden, es bleiben 48 Stunden. Regierungserklärung, Kaiserrede zum Volk, BV-Duell, froh, Landtagswahl. Blutiger Pallenplatz, Beben, Tsunami und Kälte, GDL und Deutsche Bahn, Beck vom ISS, Leibnizpreis verliehen, EC-Karte durchs Kreditkapp, Microsoft IE9 ist Sieger, Russenspiel auf Schalke, Sieg gegen Valencia. www.s-karte-karte-karte-karte.de